Was ist das für die Qualifikation? Hallo zusammen, hier sind wir wieder von 3Way TV. Heute mit Nave Talor. Hallo Nave, schön, dass du uns Zeit hast. Ja, es ist immer schön, dass du ein Interview mit dir mit dir zusammenfassen. Danke. Du hast gerade den Qualifikation geschafft. Ich glaube, es war einer der besten Qualifikationen. Ja, es war ziemlich großartig. Er hat die meisten Session gewonnen, bis die letzte Liste, wo Vlade Milos mir passierte. Ich habe nie so verstanden als zweitens im Qualifikation, aber ich muss mich glücklich sein, in der ersten Runde zu beginnen. Was sind deine Beispiele für die Runde? Ich hoffe, dass ich einen guten Start bekommen habe. Ich weiß nicht, was zu erwarten. Ich hoffe, dass ich einen guten Start mit Vlade Milos bekomme. Dann können wir ein bisschen eine Gap machen. Dann können wir es ein bisschen später ausbauen, damit wir keine Pressure von hinterher haben. Ich hoffe, dass ich ihn überrasse und den Gewinn bekomme. Du hast einen sehr schnellen Fahrrad, ich denke. Ja, das Fahrrad fühlt sich sehr gut. Ich hoffe, dass es in der Runde so bleibt und wir können weitergehen. Wir halten unsere Fingers crossed für dich. Und danke für deine Zeit. Danke.